Ich habe Geräusche aus der Altsturm gehört. War das vielleicht der Amerikaner, über den Helga mit Herrn Schreiner gesprochen hat? Ich denke nicht. Er muss schon. Arzt! Schicksal was der Truf! Bestätigt! Ein Trupp ist unterrichtend! Der Trupp ist unterrichtend! Der Trupp ist unterrichtend! Ich denke, ich habe ein W kolmehn. Ich habe ein Wohnehn. Ich habe ein Wohnehn. Die Deckung! He's out of now! Die Deckung! Die Deckung! Die Deckung! Die Deckung! Die Deckung! Die Deckung! Hallo Michael! Wie geht's Ihnen heute? Ich habe Kopfschmerzen! Kein Fianzen! Ja! Sehr stark! Ja! Ich! Da sind wir Supermeldungen! Danke, Michael! Es ist zu Ihrem Besten, das verstehst du! Okay, ich habe keine Ahnung! Ich stehe auf den Aas bitte! Ich stehe auf den Aas bitte! Die Worte sind in einem seltsamen Kalt. Was? Was? Bewege mich! Passt auf, wenn ihr schließt! Hey! Was ist das? Verdammter Mist! Granate! Achtung! Granate! Achtung! 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 Das tut mir! Geht's up! Achtung! 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 Achtung!